Die 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 Großes Finale unseres Monster Hunter Wochenendes, würde ich sagen. Finale schon? Ja. Hallo. Ich weiß nicht, wie viele Teile ich habe jetzt nicht gezählt, aber reicht für ein Wochenende. Es ist nur ein Wochenendvideo, kein Let's Play. Das könnte man auch vielleicht auch mal durchziehen. Wenn du mal deinen Bayonetta-Scheiß fertig kriegst. Hier ist es sei. Hättet du sie so jetzt, wie es funktioniert. Du kannst dir nachher anhören, wie es klingt. Und wenn es deiner Meinung nach gut funktioniert, kannst du so aktiv weiterspielen. Und jetzt mal den viertener fertig machen. Ja, und danach kannst du das Ganze besser machen, verstehst du so? Und irgendwann kriege ich auch mal eine Möglichkeit, das Ganze ordentlich vom Bildschirm abzugreifen, weißt du? Und dann wird es lustig, weil dann sehen die Bilder auch mal richtig gut aus. Nur zu einer Information, ja, ich weiß, dass es da gewisse Geräte gibt, aber wisst ihr, ich investiere mir nicht Geld momentan, lieber eher in sowas hier. Hä? Frag zum Text. Hi. Ach ja. Ne, Monster Hunter 3, nicht Tri. Tripp ihn mal gleich mal aus, ja? Alter, Anfänger verdienen unser Respekt. Gut. Danke, jeder. Muss nicht so leise sprechen. Hä? Muss nicht so leise sprechen? Zumindest... Hey, du wirst es so kürzlich reichen, wir haben einen Gefallen, bitte! Wenn du in diesem Dorf hier jagen, jetzt brauchst du meine Hilfe! Oh, das ist nichts als Angehörige Werei gemeint! Also dachte ich mir, verbessere mir deine Worte ein bisschen, dann geht's. Dann wird es nicht vor, bis geht's. Nein, 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 hör auf zu können. Ich schwinge meine Hammererz, wenn du mir den Rohstoff begrenzt. Eisenherz! Das war doch real für deine Ausrüstung, um selbst zu sorgen. Wo macht das denn mal, Jäger? Reise mir, dass du das Nötigste hast. Ein gutes Auge, ein gutes Herzvorkommen, um ein gutes Herzvorkommen zu finden und das Geschenk jetzt abzubauen. Hier, ich geb dir meine eigene Spitzhacke. Denk an mich, wenn du das Herzvorkommen findest, hörst du? Megaspitzhacke in dem Rohr, oder was auch immer. Alles klar, ich gehe heute ums Schmieden oder ums Verlöse. Ich bin gut, alles zu haben. Bis dann. Okay, äh, B-Remote, Pointer. Immer noch ein doofes Feature. Alles klar, komm, hier wird sie wieder. Äh, kurz fassen wir wahrscheinlich, ich soll jetzt... Äh, sind wir einfach. Nur durch eins. Okay, guck doch erstmal, wer der Dame dort oben noch mal kriegen kannst. Jetzt kriegst du so schwer zu schildern, aber was ist ich Tragedame? Ich glaub, ich glaub, ich glaub, das ist nur bei dem, was ich habe. Minimalus. Nu. Baka. Sag doch, nu. Baka nicht nu. Alles dasselbe. Nein. Wo, was? Details. Loading, 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 eh, das gibt es zu. Wah! Ha! Auf der Sorge, was? Gut. Da ist sich die Aufgabe los. Es ist schöner Chef zu sein. Jürgen, wie ich vier eignen, sich gut zuerst suchen. Doch ohne Augen, wie du von Fiehlein, was? Fiehlein, äh. Doch ohne Augen, wie von Fiehlein, siehst du nichts. Zu dunkel. Siehst du das Feuer, das hier brennt, da vor dem Tor? Sieh dir den Boden rund um das Feuer an. Dort kennst du eine Fackel aufheben. Na, steht klar. Was haben wir wohl einige Tage? Klar, ne? Eine Fackel ist unverzichtbar, wenn du eine Öl betrittst. Meine weißen Arten sagten schon, gehen nie ohne aus. Schlüssen. Schlüssen, du. Schlüssen. Mega. Mega. Das ist Mino oder Mega. Da ist noch eine Mokka-Spielzeug. Ja, das gehört. Epic Music to a long time. Genau. Ich lage Bambi und ich kriege epische Musik. Es ist Dizzless. Halt. Das ist doch genau das, was ich brauche. das ist doch mal ein paar oder Das ist ein Shiny! Oh mein Gott, ein Shiny Kelby! Ein Shiny Kelby! Ich schätze mal einfach, das wird mir das Eifertier der Herde sein oder so, ne? Männchen! Oder das! Das kommt auch selber hinaus! Anyway, es gibt so wie vier, ne? Wrong way, dude! Halt, die Wand sah so toll aus! Was nur so immer noch ein bisschen nach Zoll ist, dass sie einsahen können. Ich glaub, das wird doch nicht der letzte Teil. Ah! Entschuldigung, meine Neugier, aber... Hast du eine Spitzhacke, oder? Wenn du etwas abbauen willst, brauchst du eine. Was für ein Dickschädel! Aber durch Fels kommst du dann nicht. Schade. Auf dem Markt im Dorf gibt es Spitzhacken im Dorf. Ich hab gerade Spitzbacken gelesen. Also geh doch vorbei und deck dich ein, falls du keine hast. Warum brauchst du mehrere? Ich weiß auch nicht. Schlechtes Zeichen. Ich hab auch ein ganz überes Geduld. Das war ein Pilz. Super Mario? Ja, ja. Das ist Monster Hunter. Bin ich Monster, fiel Hunter. Ja, du Bombschmoozer. Schnauze. Wenigst du hab ich Tarnfarben? Irgendwie schon, was? Blauer geht's nicht. Was? Blauer geht's nicht. Was? Blauer geht's nicht. Was? Was? Da gehlect sie jetzt auch nach einer Stiftungison aus. Schnauze. Die mixisch Was hab ich gesagt? Pechschwarz Neue meine Fackel und bringe die Lichtenzucke Dann geh an Jahre alt und so mal etwas Eisenherz Manche Monster sind von der Fackelflamme nicht so begeistert Ach ne, ernsthaft? Schwingt sie umher, nutzt mir Angst zu deinem Vorteil Wenn du dich verläufst, findest du aus der Hölle und Nebel Richtung wie es wo ein Licht gieß Schlüssen Keine Älteste, wir sollten dafür da Schlüssen Hoxen Prrrr Du hast keine Ihr wart Zeugen, ich hab ne Fackel eingesammelt beim letzten Durchgang, oder? Sag, wo ist sie wird abgegeben? Oh wow Ich hab den ganzen Spiel durch lauter Video Ihr wart alle Zeugen, ich hatte ne Fackel in der Tasche Ok, was für eine gute Idee Das ist da jetzt mal dahin gestellt Aber ich hatte ne Fackel in der Tasche Ja, 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 ja Entschuldigung, den Text lesen sie jetzt nicht Weil ich angepisst bin Fuck you What the fuck you What the fuck you, my friend What the fuck you Weil ich so angepisst bin, muss jetzt dieses Redings sterben Flieg 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 Das macht mir mehr Spaß, als es sollte Das andere ist, ich kann eigentlich dafür, dass du an mir küsst bist Links Nein, ich bin Das übrigens auch nicht Flieg Flieg Bonk Ha Ich hab's nicht getötet Ich hab's verschwinden lassen Ich hab's verschwinden lassen Ich kann auch winken Ich kann auch winken Yay Wuhuuu Ha Ha Ok, bis zum vielleicht-nächsten Teil Scheisse Seine Wuhuu Ho 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 Vielen Dank.